Musik Ich bin Stefan Schaadt, Abgeordneter für den westlichen Keforserkreis und ich setze mich leidenschaftlich gern für meine Heimat Thüringen und natürlich auch für meinen Wahlkreis ein. Wenigstens einen Tag in der Woche hat Stefan Schaadt für Termine in seinem Wahlkreis reserviert. So wie heute auf dem Landgut in Wassertal leben. Hier hat sich die Familie von Nils Bernhard Albers eine Schafzucht mit rund 1000 Muttertieren aufgebaut. 365 Tage Arbeit im Jahr, knappe Margen und die Konkurrenz sitzt in Osteuropa oder Neuseeland. Ohne Fördermittel ist die deutsche Landwirtschaft schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Was läuft gut? Wie ginge es noch besser? Für den Abgeordneten Schaadt sind Informationen aus erster Hand wichtig. Wir wollen in Erfurt Politik machen für die Leute. Und das bedeutet, dass man die Probleme und das Leben der Menschen kennen muss. Und dafür bin ich gerne unterwegs, gerne vor Ort unterwegs. Und das macht mir großen Spaß und man lernt unwahrscheinlich viel im Gespräch mit den Leuten dazu. Das gilt auch für den nächsten Termin. Das Schloss Sondershausen. Nachdem die Union in der vergangenen Legislatur Bundesmittel für die Sanierung von Thüringer Schlössern besorgt hat, laufen auch in Sondershausen die Vorbereitungen für erste Arbeiten. Der Bergbau unter dem Schloss hat dem historischen Komplex arg zugesetzt. Dessen Erhalt ist Schaadt schon seit langem ein persönliches Anliegen. Das Schloss spiegelt unwahrscheinlich viel wider. Historie, Identifikation. Ich bin selbst im Vorstand, war früher lange Vorsitzender des Förderkreises Schloss und Museum. Und wir versuchen natürlich auch, unsere kulturelle Identität zu bewahren, zu fördern. Erfolg ist für Stefan Schaadt dabei kein Selbstläufer. Die Arbeit im Wahlkreis sei für ihn das Fundament für die richtigen politischen Entscheidungen in Erfurt.